Oh mein Gott, das ist ja richtig blöd. Oh mein Gott, das ist ja richtig blöd. Ich lasse hier gleich so alle in die Vollen gehen. Oh mein Gott, das ist ja richtig blöd. Oh mein Gott, diese O-Cars. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja richtig blöd. Reichweite 900 Meter. Das probiere ich mal aus, was ist das cool ist. Aber wofür nehme ich das? Darnkappe, Zeitverzehrer. Hast du nicht gesagt, du hast einen Zeitverzehrer? Hast du jetzt auch einen Aufklärer? Nee. Wusstest du gar nicht, dass ich so einen Blödsinn drin hab? Was ist das wieder so ein System, wo man ein Kassel oder so muss? Ja, und wie kann ich das Ding aktivieren hier? Jetzt auch nicht, dass es so ein Ding, wo man... Ähm, warte mal. Hey, das steht hier ja nirgendwo, das ist gar nicht auf... Wir drücken mal 4. Warum muss ich denn da eine Zahl drücken, die ich nicht mehr sehe? Warte mal 4. Da ist eine Zeitverzehrer drin. Äh, warte. Geh mal mal zurück, drücken mal Tab. Aha, die sehe ich schon. Na ja gut, dann ist er bei dir in 3 drin. Nicht? Okay, doch da ist. Alles gut. Gucken wie es ist mit dem Teleporter. Ich will da hinten hin. Oh. Oh yeah. Ich brauch mehr Energie. Hahaha. Das sieht lustig aus. Dennoch getarnt sein und dann... Alter, das mach ich gleich mal. So, hab ich genug Strom? So, machen wir mal kurz erstmal tarnen für uns. Da ist doch noch Plasma, das ist alles eingesammelt. So, erstmal tarnen. Dann... Jo. Jetzt muss man aber wahrscheinlich noch ein bisschen scaleen. Ja... Das kann der Maumann nicht einfach so machen. Dafür brauchst du ja... Ja, das Ding ist ja eigentlich... ...n paar Meter. Tja... Boah, viel geschützt. Auf-Plan-Streu-Kanone Die sind ja für immer dann da, ne? Ich glaub die Baupläne sind ja in generell normal, ja Aber die Streu-Kanone will natürlich nicht haben Ui Es wird nicht Ich muss mal aufpassen, mit was sind Waffen man hier rumballert, um Axtenspiele auseinanderzunehmen. Ich habe doch schon gedacht, dass da nichts drin ist. Ich denke, man hat einfach Pech. Weil Mr. Computer sagt ja auch, es scheint Zufall zu sein, was da drin ist. Okay, wo sind die Gegner? Direkt. Alle hinten, halt. Was ist denn für eine kranke Kacke? Ziemlich klar. Ah, da hinten ist ein Fragtausend bestimmt. Ich habe ja supertolle Sensoren. Ich frage mich, warum ich sie nur nicht sehe. Weil die supertollen Sensoren nur ein Prozent mehr machen oder so als wenn du vorher hattest. Fünfzehn. Und fünfzehn, weil unendlich ist immer noch nichts. Ach, da weißt du aber auch, ey. Hat der von Haus aus ja hier schon bessere Sensoren. Das merkt man auch, wenn du damit umfließt. Wo immer das hier stehen mag jetzt. Ist auch irgendwo. Was kannst du noch nicht benutzen, es kühlt noch ab. Ja, ja. War nur ein Test. Da kommt man nicht ran. Okay. Na toll. Sensoren, das geht nicht. Jetzt braucht man dafür viele Kristalle. Jetzt braucht man dafür viele Kristalle. Ja, das geht nicht. Ok. Es geht dann ja. Da geht's. Ich gehe dir nicht. Arsch. Boah, das ist mir zu blöd hier, echt. Also so krass waren die Sensoren ja bei meinem damaligen Schiff aber nicht gewesen. Ich habe ja kaum was gesehen. Hallo, you beautiful people, don't mind me stealing your horse. I am totally inscomplicious, I guess it's inscomplicious, I guess it's inscomplicious, I guess it is inscomplicious. Hmmm, heh, next, oh was ist das da? Was ist das da? Was ist das da? Oh wow! Sie sind ja dann in der Näheiriung. Sie sind ja dann in dem Watt. Sie sind ja dann in der Näheiriung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Feuerio, Feuerio Treibstoff Treibstoff Also das mit den Nanobots So, ich muss mich überlegen, weil das ist ja bald, wo man sich überhaupt nicht hat, wo ich noch kriegen kann Um, 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 um... Das war's. 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 Okay. 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 Das war's. Okay. 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 Okay.